Heute dreht sich alles um eine kleine, aber mächtige Frucht, die Kirsche. Du denkst vielleicht, Kirschen sind nur leckere Sommersnacks, aber sie sind wahre Superhelden für deine Gesundheit. Bleib dran, um zu erfahren, warum Kirschen ein Muss in deiner Ernährung sein sollten. Nummer 1. Herzschutz Kirschen sind nicht nur köstlich, sondern auch echte Lebensretter. Sie sind vollgepackt mit Nährstoffen, die dein Herz schützen. Wusstest du, dass Herzkrankheiten weltweit die häufigste Todesursache sind? Kirschen können das Risiko senken und dein Herz gesund halten. Das ist ein ziemlich guter Grund, sie zu lieben, oder? Nummer 2. Nährstoffbombe Eine Tasse Kirschen ist wie ein Feuerwerk an Nährstoffen. Sie liefern dir Ballaststoffe, Vitamin C, Kupfer und Mangan. Diese kleinen Kraftpakete unterstützen nicht nur dein Immunsystem, sondern verbessern auch deine Hautgesundheit und Energie. Ein echter Allrounder. Nummer 3. Antioxidantien und Entzündungshemmung Kirschen sind wahre Antioxidantienhelden. Sie bekämpfen freie Radikale und reduzieren oxidativen Stress. Das bedeutet weniger Entzündungen und ein geringeres Risiko für viele Krankheiten. Und das Beste? Sie helfen dir, jung und fit zu bleiben. Nummer 4. Schlafqualität Schlaf ist wichtig und Kirschen sind hierbei überraschend hilfreich. Sie verbessern die Schlafqualität, was wiederum deine Laune und dein allgemeines Wohlbefinden steigert. Eine Tasse Kirschen vor dem Schlafen gehen könnte genau das sein, was du für eine erholsame Nacht brauchst. Jetzt weißt du, warum Kirschen so unglaublich sind. Sie sind nicht nur lecker, sondern auch super gesund. Wie integrierst du Kirschen in deine Ernährung? Teile deine Ideen in den Kommentaren und vergiss nicht, ein Abo zu hinterlassen und die Glocke zu aktivieren, damit du kein weiteres unserer informativen Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleib gesund!